Annette Stieve, Geschäftsführerin der Vorekia Automotive GmbH aus Stadthagen, gewinnt einen Silver Stevie Award in der Kategorie Manager des Jahres. Heute Abend bei uns, um den Silver Stevie Award entgegenzunehmen, ist Frau Annette Stieve, CFO von Vorekia Northeast Europe und Geschäftsführerin der Vorekia Automotive in Deutschland. Die 1997 gegründete Vorekia ist einer der weltweit führenden Automobilzulieferer in vier Bereichen. Autositze, Technologien zur Emissionskontrolle, Innenraumsysteme und Automotive Exteriors. Der Konzern beschäftigt 100.000 Mitarbeiter in 34 Ländern an 330 Standorten. Ja, auch ich bedanke mich ganz herzlich bei der Jury für diese tolle Auszeichnung. Ich möchte mich aber noch mehr bedanken bei meinem gesamten Vorekia-Team, was mich in dieser Zeit vollkommen gestützt hat und diesen Erfolg erst möglich gemacht hat. Das ist euer Award, ist der Award unserer Mitarbeiter, die für eine unheimliche Vielfalt stehen und eine ganz, ganz große Begeisterungsfähigkeit. Herzlichen Dank dafür in einem spannenden Umfeld der Automobilindustrie. Danke. Applaus Vielen Dank.